In der heutigen News-Ausgabe habe ich folgende Themen für euch. China Grand Prix bis 2025 verlängert? Darum wird Williams nicht an den Testfahrten nach dem Abu Dhabi Grand Prix teilnehmen? Neue Grafiken beim Brasilien Grand Prix? Warum wurde Riccardo nicht für den Bottas-Dreher in Mexiko bestraft? Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu den News. Die Formel 1 hat am Samstag bekannt gegeben, dass der Vertrag mit China bis 2025 verlängert wurde. Die Strecke befindet sich seit 2004 im Rennkalender und die Formel 1 wird in China immer beliebter. In zwei Jahren könnte der China Grand Prix zurückkehren, aber dafür muss ein anderes Rennen im Kalender weichen, denn 23 Rennen pro Saison sollen nicht überschritten werden. Schreibt mir mal eure Meinung zu der Vertragsverlängerung für den China Grand Prix in die Kommentare. Williams wird beim diesjährigen Test nach dem Abu Dhabi Grand Prix nicht dabei sein, um die neuen 18-Zoll-Räder auf Testwagen zu testen. Die Teams werden die Reifen auf Testwagen fahren, deren Aufhängung an die größeren Räder angepasst wurden. Der Grund, weshalb das Team aus Grove passen muss, liegt daran, dass sie kein Testwagen haben. Die Entscheidung wurde aus finanziellen Gründen entschieden. Der Leiter der Fahrzeugentwicklung, Dave Robson, erklärte aber, dass genügend Zeit verbleibt, um diesen Rückstand bis zum Beginn der Saison 2022 aufzuholen und auf die Frage, wie groß der Nachteil sei, nicht am Test ein Abu Dhabi teilzunehmen, erklärte er, dass sie noch keine Berechnungen angestellt haben, um das zu beziffern. Diese Entscheidung wurde von langer Zeit getroffen und sie können sie nicht mehr ändern. Racefans berichtet, dass Stefano Domenicali bestätigt hat, dass die Formel 1 für den kommenden Grand Prix in Brasilien ein spezielles Logo haben wird. Dieses Logo soll die Kraft der effizientesten Motoren der Welt zeigen. Daniel Ricciardo ist beim Mexiko Grand Prix in der ersten Kurve mit Valtteri Bottas zusammengestoßen und hat ihn gedreht. Der Australier hatte anschließend einen Frontflügelschaden und für beide war das Rennen dann schon vorbei. Doch hätte der Australier für die Aktion nicht eine Strafe bekommen müssen, denn wenn es nach Toto Wolf ginge, hätten sich die Steuarts das ansehen sollen. Die Steuarts sahen aber keinen Grund einzuschreiten und sprachen für keine Beteiligten eine Strafe aus. Doch das ist eigenartig, denn Pierre Gasly hat Fernando Alonso auch in Kurve 1 in der Türkei gedreht und dafür eine Strafe erhalten. Hättet ihr Ricciardo eine Strafe gegeben und wenn ja, welche? Schreibt es in die Kommentare. Zum Schluss des Videos habe ich hier den Community-Kommentar für euch. Der kommt dieses Mal von Martin Freiberger und er fragt, warum baut Saudi-Arabien eine Formel-1-Strecke für ganz viel Geld, um dabei nur zwei Jahre zu fahren? Jitter ist nur eine Übergangslösung, weil sie 2021 schon in den Formel-1-Kalender wollten. Das Geld spielt eher eine Nebenrolle und ab 2023 werden sie in Kedija fahren. Schaltet das nächste Mal gerne wieder ein, denn dann werdet ihr erfahren, ob Assen 2023 Chancen hat, in den Rennkalender zu kommen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und vergesst nicht auf Abonnieren zu drücken, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Video und ciao.